Oh Gott, es gibt ein neues Unusual-Memes-Video! Chat! Ja, let's fucking go! Ich weiß nicht, was das ist. Auf jeden Fall haben die zwei Wochen dran gearbeitet, ey. Leck mich am Arsch. Rip, ey. Ist das scheiße? Ja, das ist Lego. Beziehungsweise Klemmbausteine. Sorry, ich hab jetzt keinen Mausnamen vorhin. Oh mein Gott! Jetzt ohne Witz, das wäre das letzte Mal, dass mein Kind ein Handy in die Hand bekommen würde. Oh, das sieht hübsch aus. Aber ich glaube, das ist auch jedem schon mal passiert, oder? Wenn du dann dieses Kondenswasser hast und das macht so richtig schön glitschig. Rip, ey. Mike. Go upstairs, man. Go upstairs, you're struggling. Ich bin hier drin. Happy Nahrzeit für dich! Schau mal diesen Master Builder hier. Schau mal. Luna hat den Affen verpasst. Nein, mit der Banane, die ins Wasser gefallen hat. Das hat sie gesehen. Was steht da, Chad? Sprecht ihr, ist es Baguette? Oh. Ich kann das nicht. Ach, sogar im Stehen an der Warte. Was? Ich muss jetzt gerade die Physik dahinter verstehen. Ich habe gedacht, das wäre so gekippt, der würde mit dem Gesicht auf der Matratze liegen. Oh, das habe ich gesehen. Das ist so sad. Kebra-la, kebra-la! See if my hamster cares about me. Super. Der da lacht, kommt halt einfach Satan in die Hölle. Das schönste ist, ich habe ja das komplette Video gesehen. Wie oft willst du verkacken? Ja, ja, der. Er boxt dir dann halt einfach so auf die Brust. Der Dude tut mir so fucking leid. Er boxt dir dann halt am Ende einfach so auf die Brust. Er ist weit tal. Er ist Wichtig. Er ist großartig. Er ist großartig. Er ist großartig. Er ist großartig. Oh! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Go big man! Make a splash! Ich mache das! Oh... Was war das denn, Mitte? Das war so ein Nachtisch, den Justus serviert hätte, Chad. Das ist nämlich ein typisch kubanischer Nachtisch. Lass uns zerstören. Guck dir das Baby an. Oh Gott, Chad. What the fuck's going on these paces? Aww, cutie. Das geht doch kaputt, oder? Das geht doch kaputt, das geht doch kaputt. Warum? Was war das? Toll. Ich glaube, der hat das Spiel nicht verstanden. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Super. Oh oh. Was ist denn mit ihm? Gut. Okay, das war krass. Das ist witzig. Das ist witzig. Das ist witzig. Das ist witzig. Einfach John Cena. Das war ein Controller, das hab ich gar nicht gesehen. Armen mit sich. Super. Awww. Woah. 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 I got these jeans here. They have these really cool rips at the knees that just look beautiful. Oh nein. Ripfish. Alter, der Fisch hat sich einfach in die Qualle gesetzt und ist mit ihr losgefahren. Moin Acke, was geht bei dir? Der ist einfach mit, da ist ein Fisch gerade, der hat eine Qualle als Fahrzeug benutzt. Get it. Gute Folge, ja. Auf jeden Fall. Das war zu viel in zu kurzer Zeit, als dass ich das hätte vernünftig verarbeiten können, die Dämmel geht. Das war zu viel im Raum. Oh, das war schon. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020